Mein Engel hat Liebe im Herzen, Schnee in den Augen und Pfefferminz im Blut. Happy Birthday, Kleine. Das ist er. Vielleicht war es ein Irrtum. Nummer drei, Nummer fünf, Nummer vier. Die Beweislage ist für die Eröffnung eines Hauptverfahrens nicht ausreichend. Riley North ist vor fünf Jahren einfach verschwunden, komplett untergetaucht. Und was hat sie in diesen fünf Jahren gemacht? Trainiert. Heute, vor fünf Jahren, wurde ihre Familie ermordet. Sie ist wieder da. Findet sie. Wenn einem alles genommen wird, wird man ein anderer Mensch. Sie wird in den sozialen Netzwerken gefeiert. Du bist allein und unterlegen. Was soll das eigentlich werden? Was soll das eigentlich werden? you